Noch den Eingriff Äh, in das System hier Ich glaube es Äh, und wie hält der bitte das Lenkrad, ey? Voll komisch Na egal So, wir beschleunigen hier auf jeden Fall volle Kanne durch Das ist ja klar So, und da hinten sollen wir bremsen, oder was? Hö! Hö! Hö!